Haben Sie schon mal was vom Weltuntergang gehört? Oh ja, am 21. Dezember, ja. Genau, wir setzen uns nämlich dafür ein, dass die Welt weitergeht. Weil alle sind ja immer total negativ und sagen, hey, die Welt geht unter. Nee, warum geht die Welt nicht unter, sondern geht weiter? Nein, für mich geht sie weiter. Ich finde es Unsinn. Es ist schon so oft prophezeit worden, dass sie untergeht und sie existiert immer noch. Also ich glaube da nicht dran. Und haben Sie irgendwelche persönlichen Gründe, warum die Welt unbedingt weitergehen muss? Ach, nee, eigentlich nicht. Nee? Nee. Ja, für meine Kinder, also für mein Kind und meine Enkelkinder soll es weitergehen. Ich habe mein Leben so schon gelebt, aber noch nicht ganz zu Ende. Ein bisschen kann es schon nur weitergehen. Vielen, vielen Dank.